Wir brauchen diese Produkte am Ende des Tages, ja, und das hilft uns alles dabei, wenn wir diesen Kapitalmarkt entwickeln, dass wir eine Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen haben. Wenn wir da nie mit anfangen und immer noch sagen, ja, überall anders ist es besser und es nie versuchen, dann werden wir auch selber nie eine Verbesserung des Status Quo hinbekommen. Willkommen zum Scalable Capital Podcast. Wir sprechen heute über SPACs, also Unternehmen, die zunächst eine leere Hülle sind und sich erst ein Ziel suchen, dem sie dann zum Börsengang verhelfen. Dieses Jahr gab es ja einen regelrechten SPAC-Boom. Wird der sich als kurzlebiger Hype entpuppen oder bleibt er uns langfristig als SPAC-Trend erhalten? Und wie ist es eigentlich, über ein SPAC ein Unternehmen an die Börse zu bringen? Das frage ich heute den Venture-Capital-Investor Dr. Klaus Hommels. Er hat über seinen Lake Star SPAC One erst diesen September die Ferienhaus-Plattform Home2Go an die Börse gebracht in Frankfurt. Hallo Herr Hommels. Einen schönen guten Morgen. Herr Hommels, Sie sind ja seit Jahren als Investor unterwegs. Zu Ihren früheren Investments zählten unter anderem Facebook, Coinbase, Revolut. Und mit Home2Go haben Sie jetzt zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren in Deutschland wieder über einen SPAC ein Unternehmen an die Börse gebracht. Wie zufrieden sind Sie damit, wie es gelaufen ist und wie es jetzt läuft? Ja, also die Idee, einen SPAC zu machen, kam uns, als wir von verschiedenen Firmen approached worden sind auf unserem eigenen Portfolio. Also es sind amerikanische SPACs gekommen und haben dann Opendoor und SoFi gedespeckt sozusagen. Das ist der Fachtterminus. Und da sind wir im Prinzip darauf aufmerksam geworden. Ich kannte das Projekt von früher, von Germany One. Das war ja nicht so besonders erfolgreich. Hatte dann eigentlich auch eher eine negative Konnotation auf dem Thema. Ja, ich habe gedacht, das ist jetzt so ein anderer Investmentbanker. Ja, super Trick. Ja, wie man nochmal eine ganz andere Fee-Struktur dann nehmen kann. Und ich habe diese, sage ich mal, skeptische Grundhaltung immer noch, ja, was die meisten SPACs angeht. Ja, weil aus einer ganz einfachen Situation heraus, weil die Kompensationsstruktur für die Initiatoren zu großzügig ist. Ja, das heißt, da spreche ich jetzt gar nicht mal pro domo. Ja, die meisten amerikanischen SPACs, da bekommt der Sponsor 20 Prozent der SPAC-Shares in dem Moment, wo er eine Firma findet. Ja, das halte ich für Quatsch. Ja, sondern am Ende des Tages ist das ein Produkt, was einem Kapitalmarkt sehr gut tun kann. Das kann im deutschen Kapitalmarkt und im europäischen sehr gut tun, weil wir dann auf einmal, ja, 250 Millionen in eine Firma investieren können und diese Firma, ja, und unabhängig sind von ausländischem Kapital. Ja, aber das funktioniert ja nur dann, wenn man das Vertrauen in das Produkt kriegen möchte, wenn der Investor, also meine Investoren ihre, ihr, ihr, ihr Fair Share bekommen, die Gesellschaft selber, ja, fair behandelt wird, was der Lust und Bewertung angeht und drittens der Sponsor, ja, eigentlich auch noch dabei partizipiert. Ich hatte mich dann daran orientiert, wie wir kompensiert werden in der Private Equity Welt. Da ist es ja so, dass wenn wir eine Performance erwirtschaften, dass wir dann an dem Gewinn partizipieren und so haben wir auch unseren Speck konzipiert. Also die Hauptkompensation, 66, 70 Prozent, findet statt, wenn wir 20 oder 40 Prozent im Geld sind, ja, so und das hat ganz, ganz viele Vorteile. A, sind wir von den Interessen her absolut in sync. Das heißt, der Investor sagt, ist ja super, ja, weil die Dilution, die ich dann habe, ja, oder die Bezahlung an den Sponsor findet ja zu 30 Prozent statt, wenn der den Deal findet, ja, aber da habe ich dann ja auch Ja zugesagt und der Deal gefällt mir, also es ist eine Leistung, für die steht dann ein Gegenwert. Aber die eigentliche Kompensation findet nur dann statt, wenn ich auch Geld damit verdient habe. Ja, so für das Unternehmen an sich, da sagt sich, hey, wenn du unter normalen Geldbedingungen, ja, will der eigentlich nur mich dies becken, der Sponsor, dann hat der seine Kohle und danach mir die Sintflut. Ja, aber das ist auch, was wir auch jetzt hier gesehen haben, das war ein sehr vertrauensvolles und kreatives und gutes Zusammenarbeiten mit der Zielgesellschaft, Home to go, weil die auch gesehen haben, im Gegensatz zu allen anderen, wir haben ein originäres Interesse, diese Firma weiterzuentwickeln, ja, auch den Wert hoch zu managen und im Prinzip, ja, werthaltig zu agieren, weil nur dann haben wir auch unsere Kompensation und das ist hundertprozentig im Interesse der Altaktionäre der Firma und im Management des Firmas, sodass du eigentlich dann alle unter einen Hut kriegst. Dann macht das Sinn, aber nur dann. Interessant, von der skeptischen Grundhaltung gekommen, aber dann selber gleich umgesetzt. Wie ist denn überhaupt jetzt, nachdem Sie dann über das Back Home to go an die Börse gebracht haben, die weitere Partnerschaft oder Zusammenarbeit? Der CEO Patrick Andrea hat ja gesagt, das Lake Star Team sei für ihn der perfekte strategische Partner. Auf welcher Ebene können Sie denen jetzt wie helfen? Was machen Sie da? Also wir haben ja grundsätzlich einen sehr, sehr hohen Vertrauensvorschuss oder auch Vertrauensbasis in das Geschäftsmodell, ja. Das ist ja auch in diesem Falle, weil wir mit Lake Star Funds beteiligt waren, haben wir ja schon reinschauen können. Vier Prozent waren es vorher, diese Beteiligten. Genau. So, das heißt, wenn du investierst, hast du ja wesentlich drei Risiken. Du hast ein Businessplanrisiko, du hast ein Executionrisiko und du hast ein Financerisiko. So, dadurch, dass wir das Team über vier Jahre schon verfolgen konnten, konnten wir sehen, dass das Businessplanrisiko in dieser Art und Weise nicht funktioniert. Das ist ein bewiesenes Businessmodell. Wir haben gesehen, dass das Team eigentlich immer super delivered hat, sodass das Executionrisiko jetzt auch, da mussten wir jetzt keine Due Diligence machen, sondern wir haben vier Jahre Due Diligence gemacht, ja. Und das Financingrisiko ist dann durch die Injection der 250 Millionen ja dann ja auch, ja sag ich mal, obsolet sozusagen. Das ist ja gelöst, ja. So, deswegen haben wir da einen relativ hohen Vertrauenslevel. Historisch gesehen, die Firmen, eben haben sie ja schon einige oder hast du schon einige angesprochen, ob das jetzt ein Revolut ist, ob das ein Spotify ist, wo ich sieben Jahre an Bord war oder wo es Clana ist, wo ich an Bord war oder oder. Diese Firmen, die wirklich sehr viel Wert geschaffen haben oder Airbnb, die war meine Perspektive immer, das schaffst du dann, das dauert drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Ja. So, und mein View ist da auch etwas länger und ich denke, dass die Art und Weise, wie ja Home2Go sich entwickelt hat, von einem Meta-Search-Engine, die ja zugegebenerweise das ein funktionierendes Businessmodell hat, weil die Unit Economics funktionieren, aber eher ein flaches, hin zu einem On-Site-Booking-Modell, wo du ja Kunden kaufst, aber du kannst dann zum Beispiel schon Daten. Das heißt, kaufen die nochmal? Was ist das durchschnittliche Ticket? Ja, du weißt, wie viel geben die aus für ein Haus jetzt, sag ich mal, in Stralsund mit der Ausstattung versus was anderes. Das heißt, du kreierst einen unfassbaren Datenpool. Das ist schon mal von Unit Economics her ein ganz anderes Businessmodell. Und dieses Businessmodell ist angefangen 100 Prozent, sag ich mal, Link-Arbitrage. So, jetzt hat man mittlerweile 60 oder mehr Prozent schon dieses, ich kaufe einen Kunden und weiß, wie viel der da lässt. Das ist mindestens mal drei-, viermal besser. Das macht jetzt 60 Prozent aus. Ja, und dann erstmal in der Zwischenzeit ist man ja ein sehr robuster Marktplatz geworden. Marktplätze sind ja immer die robustesten Geschäftsmodelle. Du bist der Größte auf der Buy-Site, also auf der Demand-Site, und du bist auch der Größte auf der Supply-Site, auch mit 16 Millionen Häusern. Nur um für alle, die uns zuhören, nochmal ganz kurz den Überblick zu geben. Bei Home2Go ist ja, da sind sowohl originär dort Unterkünfte gelistet, als auch, dass es eine Meta-Suchmaschine ist, die dann unter Umständen sogar zum Beispiel auch zu Airbnb weiterleitet, je nachdem, was ich und wo ich suche. Genau. So, und das ist ein Teil des, sage ich mal, in Anführungsstrichen Secret-Source, dass das viel werthaltigere Modell viel größer ist, als das in der normalen Wahrnehmung der Fall ist. Ja, und zusätzlich hat man ja auch noch ein neues Geschäftsmodell eingeführt, in dem man den Home-Ownern ja auch nochmal Software zur Verfügung stellt, was erlaubt die Properties oder die Wohnungen viel effizienter zu managen und wenn sie auf mehreren Plattformen gelistet sind. So, all das, wie kann man, also ich lebe das ja dann, ja, weil ich habe ja einmal entschieden zu sagen, hey, das ist jetzt spannend, das können wir entwickeln, da können wir einen europäischen Champion draus machen. Das heißt grundsätzlich bei allem, was wir so sehen und tun und machen, versuchen das in Kontext zu setzen und Impulse zu geben, in welche Richtung man das weiterhin entwickeln kann. Und warum fiel letztlich die Wahl gerade auf Home-Ownern? Ich meine, also wir haben jetzt gehört von der Größe her und von dieser Plattform-Gedanke, aber die sind ja bei Leibe jetzt nicht die ersten, die sowas machen und die einzigen. Was, in Amerika gab es dann das erste, der erste Deal von Hedo Sophia war dann irgendwie Virgin Galactic. Ich glaube, das vertragen europäische Investoren nicht. Ja, vom Aspirational Value, den so eine Geschichte hätte. Da braucht man amerikanische zu. Und wie gesagt, mir war sicher wichtig, das Produkt zu platzieren. Und dazu muss man einen sehr sicheren, nachvollziehbaren Case haben. So, und mit den ganzen Rahmenbedingungen, ja, das, was passiert denn da? Das heißt, ich kenne das, ich kenne die Execution Capacity von den Jungs. Ich kenne die Business-Models, die immer überperformt haben und dass das super funktioniert. Ich weiß, dass die Richtung in die richtige Richtung geht. Ich weiß, dass die nächste Generation mit Covid viel lieber ein eigenes Apartment hat, als jetzt beim Club Met anzustehen am Frühstück und rechts und links ein paar Hüsterchen zu hören. Ja, so mit Familie, mit Freunden hat man da doch gar keine Lust zu. Das heißt, du hast den Megatrend, der in die richtige Richtung geht und du hast die verschiedenen, sehr, sehr visiblen Punkte, die man beurteilen kann. Und deswegen war das eine absolut perfekte Choice. Ja, in meiner Wahrnehmung besteht da kein Zweifel, dass das drei-, viermal mehr sein muss in ein paar Jahren an Wert. Mhm. Und wo liegen jetzt für so ein Geschäftsmodell die Herausforderungen? Was ist es letztlich, wo die sich dann auf Dauer differenzieren müssen, um da europäischer Champion zu werden oder zu bleiben und damit auch profitabel zu werden? Ja, ne, also musste ich auch alles lernen. Die Frage ist super. Der Markt, also wenn man Expedia und Booking und alle zusammentut, dann haben die neun Prozent des Marktes. So, das heißt, 91 Prozent des Marktes ist up for grab. So, das heißt, ich muss, um zu wachsen, nicht zu Lasten anderer wachsen, sondern ich muss einfach nur den anderen Markt erschließen. So, und diese, und das ist deswegen so, weil der Trend hin zu Accommodations her, die man mietet, ja, eher neuer ist und im Begriff ist, sehr, sehr stark zu wachsen. Das macht den Charme des Modells aus. Und diese 91 Prozent, also das wäre der Markt, der… Die noch gar nicht, die sich das überlegen, aber die bis jetzt irgendwie sehr, sehr lokal bedient worden sind. Oder wo du mal gesagt hast zu deinem besten Freund, ja, du kannst auch mal meine Häuser in den Strahlsund für eine Woche nutzen, aber gar nicht auf die Idee gekommen bist, dass das jetzt ein Markt ist, den du eigentlich auch strukturell erschließen kannst. Jetzt ging das Lake Star Spec One, ja, dieses Jahr in der zweiten Februarhälfte an die Börse und schon Anfang Juni gab es dann die offizielle Verkündung, dass die Verschmelzung mit Home to go kommt. Ich habe jetzt bei der Nasdaq eine Statistik gefunden, dass ein Spec im Durchschnitt 15 Monate braucht, bis es sein Ziel gefunden hat. Also nur bis zur Bekanntgabe, ne, bis zum Börsengang kann dann nochmal mehr Zeit ins Land gehen. Diese dreieinhalb Monate ist jetzt doch eher schnell, oder? Wenn ein Spec da kommt dann in Amerika und macht sich neu der Sponsor, dann muss er sich erstmal den Markt erschließen. Ja, der weiß, der hat ja jetzt nicht eine, so wie wir, sechs, sieben oder achtjährige Geschichte in diesem Markt, ja, weil von den zur Verfügung oder in Frage kommenden Unternehmen sind wir erstmal in zehn oder 15 Prozent selber investiert und dann haben wir bestimmt auf die nochmal 30, 40 Prozent Due Diligence gemacht und den Rest haben wir in der einen oder anderen Weise über Investoren oder Gründer auch mal kennengelernt in einer anderen Detailtiefe dann. So, das heißt, den Shortcut haben wir deswegen, weil wir strukturell dieses Geschäft seit sieben Jahren oder mehr uns darin tummeln und uns da unsere Meinung bilden konnten. Okay. Wie hat man sich das im Detail vorzustellen? Also wie war der Weg dann dorthin? Wie viele Unternehmen waren quasi am Anfang in der Betrachtung? Gab es dann irgendwann eine Shortlist? Und wann hat es sich dann wirklich so fokussiert drauf, dass Home2go das Ziel wird? Weiß ich gar nicht im Detail. Es war eine Handvoll von Unternehmen, die wir uns da schon angeguckt haben und ja, auf dem Weg dahin gibt es dann unterschiedliche Komponenten, die dann ja zu einer Verengerung des Trichters da führen. Aber das ist ja wichtig bei diesem Konstrukt generell, es darf ja nicht von Beginn an feststehen, wer dann nachher die oder derjenige sein wird. Absolut richtig und auch absolut sinnvoll, weil sonst würde man ja einfach eine Umgehung von Börsen-Zulassungsmechanismen befürworten, was ja nicht Sinn der Übung sein kann. Ja, weil erstmal die eigentliche Listing eines Specs hat ja zur Folge, dass man nicht über die Historie des Unternehmens dann so viel, des Zielunternehmens so viel sagen kann. Beim Börsengang, ja das unterscheidet es ja von einem normalen IPO und deswegen muss es so sein, dass man das zu dem Zeitpunkt nicht kannte. War bei uns in dem Fall auch so. Inwiefern hat jetzt dann letztlich tatsächlich dieser Weg über das Lake Stars Back Home To Go jetzt zu diesem Zeitpunkt den Weg an die Börse geebnet? Also sprich, ohne Lake Star wären die jetzt nicht dort oder wann hätten sie die Chance gehabt, an die Börse zu kommen? Ich weiß gar nicht, ob ich da als Lake Star aus der befangenen Position heraus was zu sagen möchte. Ja, ich denke, das ist etwas, was Patrick und Steffen und Wolfgang lieber fragen. Ja, ich denke, dass wir an verschiedenen Stellen signifikante Wertbeiträge geliefert haben. Aber ich denke auch, dass die jetzt irgendwie so zu benennen, das müssen dann andere machen. Ja, da will ich jetzt nicht selbst Beweigeräucherung betreiben. Wir haben eingangs ja schon Grundskepsis auch gegenüber dem Vehicle-Spec gehört. Grundsätzlich ist ja oft die Rede, auch wenn in den Medien darüber gesprochen, geschrieben wird, so vom Börsengang durch die Hintertür. Und das ist für private Kleinerleger ja erstmal völlig undurchsichtig sein. Wenn ich im Februar oder März mir Lake Star Anteile gekauft habe, wusste ich ja nicht, was der Klaus Hommels damit macht. Also man muss im Grunde genommen auf sie vertrauen, dass sie das dann schon machen werden. Was finden Sie denn generell auch trotz Skepsis dann doch wieder reizvoll, dass Sie sagen, ich habe jetzt ein Speck gebaut? Oder würden Sie es wieder machen? Zwei Unterschiede sagen. Das eine, was Sie zuerst gerade beschrieben hat, ist die Sicht aus des Investors. Ja. Die Katze im Sack kaufen. Man weiß nicht, wo man reingeht. Ja. Fakt ist, man kauft eine Aktie zu 10. Ich habe die Sollzinsen bezahlt. Also wenn Sie Liquidität hatten, ja, dann haben Sie keine Negativzinsen zahlen müssen, das habe ich gemacht. Ja. So. Und Sie können so lange warten, bis Sie wissen, was ist die Firma, bis Sie einen Pitch bekommen haben von der Firma und Informationsmaterial bekommen haben von der Firma. Und dann können Sie entscheiden, ob Sie die 10 Euro wieder haben wollen oder ob Sie weitermachen wollen. Das ist also genau das Gegenteil. Das heißt, Sie haben eine ganze Ecke lang Zeit. Jemand anders bezahlt Ihre Sollzinsen. Und dann, wenn vollkommen klar ist, welches Unternehmen es ist, wenn vollkommen klar ist, dass dieses Unternehmen eine Equity-Story erzählen kann und Informationen rausgeben kann, dann können Sie entscheiden, ob Sie mitmachen wollen oder nicht. Also ich finde, diesen Vorwurf, man kauft die Katze im Sack, zeugt davon, dass man das nicht im Ansatz verstanden hat, was da passiert. Das muss ich auch ganz so pointiert sagen. Ja. Das ist ein kostenfreier Call ist das. Den gibt es normalerweise gar nicht in der Finanzwelt. Deswegen gehen die Profi-Anleger auch so gerne da rein. Ja, aber die haben ja gar nichts zu verlieren. Entweder kriegen Sie ja Geld inklusive Sollzinsen wieder. Ja. So. Oder Sie sagen, ich weiß genau, was Sache ist und bleibt drin. Der Anteil derer, die drin geblieben sind, das waren jetzt in dem Fall über 70 Prozent, ne? Ja, 65 Prozent, so was. 37 Prozent, so Größen auch. 37 Prozent haben redeemed. Es gibt ja jetzt auch so Statistiken, ne? So ein Stanford-Papier, also wieder nochmal zu der Frage, ob sich Specs für Anleger lohnen. So ein Papier im Durchschnitt haben Specs dann nach drei Prozent drei Monate an Wert verloren, nach sechs Monaten zwölf Prozent und nach zwölf Monaten ein Drittel. Also nach dem Börsengang des Übernahmeziels dann. Ja, nochmal das Gleiche. Unterschiedliche Sponsoren haben unterschiedliche Motivationen. Ja. So, und da gibt es diejenigen, die sagen, okay, ich kriege meine ganzen Aktien. Ja, bei der Business-Combination, ich verkaufe die und Heidewitz gab. Sehr, sehr effizientes Business-Modell für den Sponsor. Ja, das haben wir nicht gemacht. Also nicht nur haben wir, kriegen wir unseren Großteil der Gelder eher der Aktien erst, wenn es zwölf oder vierzehn sind, also zwanzig oder vierzig Prozent Performance, sondern ich hatte auch ausgeschlossen, dass wir unter zehn verkaufen dürfen. Ja, ich will nicht Geld verdienen, wenn die Investoren Geld verlieren. Ja, also entweder sitzt man alle im gleichen Boot oder nicht, weil diese Asymmetrien führen eigentlich immer dazu, dass Vertrauensverluste entstehen. Ja. So, und augenblicklich habe ich also eigenes Geld reingetan, würde ich sagen, 35 Millionen. So, und das heißt, dass ich massiv strukturell davon überzeugt bin, dass dieses Geschäft funktioniert. Ja, und zwar nicht auf einen Dreimonats- oder auf einen Viermonatshorizont, sondern auf einen Horizont, wo diese Firma das ganze Potenzial entfalten kann. Und das ist über die nächsten Jahre, die da kommen. So, und in dem Moment, wo ich diese Motivation nicht habe, sondern so viel Windfall-Profit mitnehmen kann, weil ich selbst, wenn ich die Aktien bekomme und selbst wenn die Aktie bei acht steht oder sieben steht, Millionen mitnehmen kann, dann führt das auch zu ganz anderen Auswüchsen. Und das ist die berechtigte Kritik an Specs in den USA. Kann es durch diesen Specs-Boom, den wir jetzt auch haben, auch dazu kommen, dass jetzt Firmen an die Börse gehen, weil der Weg ja ein anderer ist, die eigentlich im klassischen Sinn jetzt vielleicht nicht börsenreif sind. Also wir haben von Home2Go gehört, die haben ein laufendes Geschäftsmodell. Da kann ich Häuser buchen. Wir haben jetzt einen Börsengang über einen Specs gehabt von Lilium, ohne dass wir jetzt von außen in die reinschauen müssen, nur als Beispiel. Die sind auch per Specs an die Nasdaq gegangen. Da ist noch völlig unklar, wann überhaupt mal so ein Flugtaxi von denen rauskommen wird. Ja, das gleiche hat man bei Virgin Galactic ja auch gehabt. Also das finde ich jetzt erstmal vollkommen okay alles, weil der Anleger es sicher aussuchen kann. Und wir sprechen hier nicht davon, dass das eine mündelsichere Anleihe ist, vor allen Dingen wenn man beim DSPEC drin bleibt, sondern wir sprechen davon, dass es eigentlich ein Instrument ist, was Firmen, die auch durchaus aspirational Ziele haben, so viel Geld zur Verfügung stellt, dass die eventuell erreicht werden. Und wenn ein Specs das Instrument dafür ist, dass wir sehr, sehr ambitionierte Firmen in Europa dazu verhelfen, dass sie da den Durchbruch schaffen, dann ist das vollkommen gewünscht meines Erachtens. Das Einzige, was man natürlich nicht hat, wie bei einem Growth Fund hat man ein Portfolio, da kann man das so ein bisschen verdauen. Also ein Specs ist dann wesentlich mehr ein Individualrisk dabei. Ja. Aber ich finde, das ist auch vollkommen okay. Ich finde auch okay, wenn man sich überlegt, selbst wenn die etwas eher an die Börse gehen würden, solche Firmen, heißt das ja, dass normale Aktionäre die Möglichkeit haben, früher an Wertsteigerungen zu partizipieren. Ja, wenn Sie sich das anschauen, das ist ja also aus der Demokratisierung der Anleger heraus, dann hat sich der Zeitpunkt eines IPOs ja immer weiter nach hinten verschoben. Ja, früher waren das irgendwie eine Milliarde an 1,5 Milliarden. Ja, oder beim Beispiel Microsoft 670 Millionen Market Cap, die dann auf 670 Milliarden hochgelaufen sind in 15 Jahren. Ja. Oder auch in Google von 20 Milliarden dann hochgelaufen. Aber ursprünglich waren die halt deutlich niedriger. Amazon war 400 Millionen und Oracle war glaube ich 200 Millionen. So, da konnte man auch als normaler Anleger bei 200, 600 oder 400 Millionen investieren und hat die Reise nach oben mitgemacht. Ja. So, dadurch, dass die Unternehmen heute viel später an die Börse gehen, also in den 20er, 30er, 40er, Coinbase, 60er Milliarden Bereichen, bleibt ein Großteil der Wertschöpfung den Privatinvestoren vorenthalten. Ja. Ja. Was sich daran äußert, dass jetzt Unternehmen oder Firmen, die vorher Public Investoren waren, wie Fidelity, wie Tiro Price, ja, jetzt die letzten Runden, die D&E Rounds auch sehr, sehr häufig machen. Also die haben das erkannt und haben gesagt, da müssen wir vorher reingehen. So, wenn jetzt via SPEC die eine oder andere Firma mit diesen Absichten früher an die Börse kommt als vielleicht sonst, ist das auch eine Chance für normale Anleger, früher an der Wertschöpfung zu partizipieren. Mhm. Was ist denn die Prognose aus Ihrer Sicht? Wird denn dieser Boom, den man ja doch beobachten kann, sind also allein in diesem Jahr jetzt schon mehr SPECs, jetzt, ich habe jetzt USA-Zahlen an die Börse gegangen, als im ganzen Jahr 2020? Wird das so weitergehen, solange so viel Geld unterwegs ist, das Investmentziele sucht? Also ich glaube, die sind schon ein bisschen auf die Bremse getreten. Also das hat so ein bisschen langsamer geworden, das Thema. Aber ich glaube auch, dass wenn wir das schaffen, das von der Strukturierung her ausgewogen zu machen, dass es dann viele Gründe gibt, dass dieses Produkt seine Existenzberechtigung hat. Ist auch zu erwarten, dass es in Deutschland mehr kommt. Also in Deutschland war jetzt wirklich der Home-to-go via Lakes da, der erste SPEC Börsengang, so haben wir es schon gesagt, seit über zehn Jahren. Wie wichtig war es für Sie, dass Sie das in Deutschland gemacht haben? Ja, total. Ja, weil das war für mich, ich habe gesagt, ich möchte das mit einem deutschen SPEC, mit der deutschen Börse und der deutschen Bank. Ja, weil wir brauchen diese Produkte am Ende des Tages. Ja, und das hilft uns alles dabei, wenn wir diesen Kapitalmarkt entwickeln, dass wir eine Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen haben. Wenn wir da nie mit anfangen und immer noch sagen, ja, überall anders ist es besser und es nie versuchen, dann werden wir auch selber nie eine Verbesserung des Status Quo hinbekommen. Ja, so, das ist jetzt ein Versuch, das zu machen. Ja, und wir sind jetzt ein Teil der Wegstrecke gegangen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir einfach ja sauber die zu Ende exekutieren. Sind denn die Rahmenbedingungen dafür in Deutschland in Ordnung aus Ihrer Sicht? Ich meine, Sie haben gesagt, Sie wurden von amerikanischen Anlegern angesprochen. Womöglich hätten Sie Lake Star SPEC auch an die NASDAQ bringen können und dann wäre Home-to-go jetzt vielleicht dort gelistet worden? Ja, aber das kam nie für mich in Betracht. Ja, aber überlegen Sie mal, was das heißt. Wenn das das Ziel wäre, wäre das ja ein struktureller Export unserer besten Firmen an die NASDAQ. Also das wäre so ziemlich das allerletzte, was mir einfiele. Ja, sondern das kann ja nicht das Ziel sein. Also ich finde, es gibt bestimmte Firmen, die haben eine Existenzberechnung, für die ist das auch sicherlich die beste Wahl, an die NASDAQ an die Börse zu gehen. Aber für eine Vielzahl der SPEC-Firmen, die ja eher 1,5, 2 Milliarden groß sind, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Die haben vielleicht nicht mal Produkte in den USA. Die haben bis jetzt nicht mal eine Niederlassung in den USA gehabt. Und plötzlich gehen die USA an die amerikanische Börse mit hohen Bewertungsversprechen, sind aber immer noch unterkritisch groß in den USA. Also ich glaube, das muss man sich gut überlegen. Also für mich wäre das nicht in Frage gekommen. Da möchte ich jetzt die Steigbügelhalter sein für den Export von Firmen. Sind denn die Rahmenbedingungen hierzulande gut oder müssten die sich verbessern? Es war jetzt unlängst zu lesen, dass zum Beispiel in Großbritannien die Vorschriften gelockert werden sollen für SPECs. Müsste da hierzulande auch was passieren? Gelockert ist, bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Begriff ist. Beispielsweise wir haben das ja, wir haben eine Luxemburger Gesellschaft genommen, die wir dann an die deutsche Börse gebracht haben. Da habe ich ja dann öfter mal Kritik gehört, warum wir eine Luxemburger genommen haben und dass das steuerlich motiviert gewesen sein muss. Sowas, das ist natürlich Blödsinn. Ja, sondern wir haben ja im Rahmen eines SPECs die Notwendigkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Redemption zu erlauben. Das ist ja integraler Bestandteil dieses SPEC Konzeptes. Und das war nur über das Luxemburger Recht abbildbar. Das kann zum Beispiel das deutsche Unternehmensrecht gar nicht abbilden. Deswegen konnte man gar keine deutsche Firma nehmen, die man als Hüll, als Backhülle, die man dann hätte listen können, sondern das musste man über einen Umweg über Luxemburg machen, weil die da jetzt gar nicht mal Erleichterung, sondern einfach nur andere strukturelle Notwendigkeiten Rechnung getragen haben mit der Auslegung des gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da kann man natürlich nacharbeiten in Deutschland. Wer muss das wie tun? Also wir hatten jetzt gerade Wahlen. Erwarten Sie da, also ist das ein gesellschaftliches Thema oder erwarten Sie davon der Politik und gezielt jetzt auch vielleicht von dem neuen Wirtschaftsminister, der neuen Wirtschaftsministerin, dass sie da was tut? So weit bin ich noch gar nicht. Also da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Die haben viele Sachen zu tun, bevor sie sich mit einer SPEC-Regulierung auseinandersetzen. Ich meinte jetzt auch im breiteren Sinne von, was Sie gesagt haben, mit Förderung von Innovationskultur und generell eben den Boden bereiten, dass hierzulande Startups gedeihen können und vielleicht auch an die Börse gehen. Ja, ich denke, das ist ja absolut zwingend. Ja, schauen Sie, da muss man ja nur drei Sätze machen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, wo wir als Industrie missverstanden sind. Ja, also unsere Rolle ist ja am Ende des Tages eine ziemlich elementare in der Art und Weise, den neuen Mittelstand zu finanzieren. Ja, also wenn Sie, wenn man das mal, nehmen wir mal so ein bisschen Logik. In den 50er, 60er, 70er Jahren, ja, da wurde der, mit der Mittelstand und die Familiengesellschaft oder Industrie, die heute das Rückgrat unseres Wohlstands ist, ungefähr mit, würde ich sagen, 4% GDP und 100 Milliarden nach heutiger Kaufkraft finanziert. Durch Banken, weil Banken den Equity-Part leisten konnten, wegen der Regulierung, die das damals eben erlaubt hat. Und den Rest mit Debt, ja, weil die Unternehmen nicht so schnell wachsen mussten, konnten die schneller auch, konnten die etwas langsamer wachsen, profitabel werden und wurden dann mit Debt finanziert. Beide Optionen sind heute nicht da. Ja, also die Firmen, die in 15 Jahren unseren Rückgrat des Wohlstandes bilden können, die sind heute, müssen schnell wachsen, sind loss-making, sodass sie von Banken gar nicht finanziert werden können. So, und wenn Sie der Banken vom Equity teil, können wir mal komplett streichen und Debt wird dann auch nicht passieren, nur in einem sehr late stage. So, das heißt, was muss passieren, damit die Wirtschaft, ja, die so, so, sag ich mal, mit Geld versorgt wird, um Innovationen zu bauen? Das kann nur über Venture gehen. So, und da sind wir im Moment vielleicht bei 0,1% GDP, aber sicherlich nicht bei 4%. So, wenn sich jetzt der neue Wirtschaftsminister oder Finanzminister die Auslegeordnung macht, dann können Sie sagen, wenn wir neuen Wohlstand haben wollen, dann müssen wir wieder diesen neuen Mittelstand oder die neuen Unternehmen mit 4% GDP finanzieren. Und das geht jetzt auch über Tech raus. Das geht ja dann über Medizin, das geht über Biologie, das geht über ESG, CO2, alles Innovationen, die im Prinzip dafür sorgen, dass wir wettbewerbsfähige Firmen sind, die dann wieder den Wohlstand halten, ja. Und die Zahlen sind groß, das ist immer noch 100 Milliarden. Ist übrigens auch logisch, wenn Sie von der anderen Seite kommen, ja. Wenn Sie angucken, der Standard & Poor's, die Halbwertszeit eines Unternehmens, ist von 30 Jahren auf 13 Jahre runtergegangen. Das heißt, der Index wird mit 7% im Jahr ersetzt. Ja, der DAX hat 1,6 Trilliarden Dollar Market Cap. Das heißt, da sind Sie bei 120, 130 Milliarden Dollar Market Cap, die jedes Jahr dazukommen müssen, nur um den Status Quo zu halten. So, das ist eigentlich hier die Finanzierungslücke, die man über Venture in der einen oder anderen Art darstellen muss, weil es die einzigen sind, die regulatorisch diese Mittel zur Verfügung stellen können. So, und dann stellt sich in der nächsten Iterationsstufe sofort die Frage, ja, das müssen wir dann hier halten, diese Firmen, also müssen wir Growth Capital haben oder idealerweise noch, ja, dass wir das über die Märkte finanzieren und dann müssen wir uns automatisch die Frage stellen nach einer effizienteren Kapitalmarktstruktur in Europa. Mhm. Dann kommen wir zu dem, was Sie als nächstes vorhaben. Es war zu lesen, dass Sie einen neuen Tech-Venture Fund auflegen wollen, der der größte Europas werden soll. Wie ist da der Stand? Können Sie darüber schon was sagen? Ja, das ist auch wieder so ein schönes Beispiel. Ich darf natürlich gar nichts darüber sagen aus regulierungstechnischen Gründen schon wieder. Ja, aber es kommt ja nicht wirklich überraschend, dass eine Venture-Capital-Firma einen Venture-Capital-Fund auflegt, ja, und das in bestimmten Intervallen. Ja. So, das ist das, was ich dazu sagen darf, ja. Und wenn Sie ansonsten die Fühler ausstrecken oder sich umschauen, gibt es schon Pläne, vielleicht auch einen nächsten Lake-Star-Spec 2, 3, 4 und da wieder ein Start-up an die Börse zu bringen aus Deutschland in Deutschland? Ähm, zu unkonkret, wenn es sie gäbe. Ja, also ich denke mal, das erste Mal, das erste müssen wir uns jetzt mal so drum kümmern und so weit entwickeln, dass es rundherum alle zufriedenstellt und dann kann man nächsten Schritte machen. Also lieber erstmal deliveren, bevor man wieder promised. Alles klar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich für das Gespräch, Klaus Hommels. Danke auch. Und bei allen Zuhörern danke für die Zeit und fürs Zuhören. Und auch diesmal wieder der Hinweis, wenn es Fragen gibt, Anregungen oder Themen, über die wir hier mal sprechen sollen, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.scalable.capital Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.